Aber kann man machen. Kann man mit arbeiten. Normalerweise sind wir Terror auch immer stärker. Ich hatte keine Ahnung wo der Gegner ist. Wir haben einen Cut oder nehmen wir den komplett auf? Er kann später schneiden. Ist jetzt wichtiger. Okay. Bei mir gehen auch wieder die Tasten oben. Immer wenn Link steht, next map ist D train. Kannst du nicht die Waffe wechseln. Okay. Gehen wir auf A? Dann geh ich squeaky. Ich bin einer von euch zusammen. Weil ich erster bin. Ich fand mal Malus. Gehen wir durch? Okay direkt durch. Malus sein Malus. Highway ist down. Highway ist down. Highway noch einer down. Schön wächst. Beide CT. Einer geht Mitte glaube ich. Einer ist am Truck mit 50 und einer Mitte. Mitte noch bitte. Also CT. CT ist da dieser Raum dahinten wo er eben war oder wie. Er geht Connected rein. Kommt wahrscheinlich auf Highway. Versteck dich. Palenstein bitte nicht. Ihr seid noch zu zweit. Ja genau und jetzt in die Ecke da. Auf Side spielen. Ja Mitte war er. Wir laufen Zeit. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Perfekt. Ah nice. Alles richtig gemacht. Sorry ich hatte die Diggel zieht die Piste. Ja hatten wir doch an. Nein die andere Piste vom Gegner Team. SMGs kaufen. Gewehre oder MPs. MPs. Facts MP ey. Nice. Nice MP 6. Geht ihr A ich fake B. Schleicht mal Richtung A. Ich fake jetzt B. Guck dann Tür. Guckt ihr beide hier rein. Also Main. Vollplan. Okay jetzt geht jetzt geht. Early hierher. Aber nicht hochgehen. Die pushen Main und Tür. Main müsste auch einer drin sein bei euch. Main down. Und jetzt auf A go. Schnell. Drauf. Komm Early. Noch einer links am gelben Gabelstapler. Gabelstapler Gabelstapler. Komm den habt ihr den Ding. Habt ihr. Ihr rennt gerade auf dem Spot. Hilf ihm. Ist auf dem Spot hinter dem roten Container Early. Links 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 links. Roter Container noch. Nice. Sehr gut. Wir haben zwei Waffen verloren. Das ist okay. Passt. Ich hab mir auch noch eingeschaut. Nein. Kann einer von euch ne MP kaufen und mir droppen. Damit ich gleich irgendwann eine AWP kaufen kann. Ich kauf ne Galil. Ne ich kauf ne Arcadia. Sonst nix kaufen oder soll ich mir was kaufen. Wenn du noch eine Waffe hast nix. Achso wenn du was. P90 ist übrigens ziemlich gut für dich eigentlich. Ich mag die P90 ja. Die ist schon gut für dich. Ich geb mal. Darf ich die Womme hier. DMG ist schon drin mit der. Ich schau wieder mit her. Wir haben alle 3. 42. Könnten B pushen. Heibel steht. Auf dem Spot. Auf dem Spot hinter Wrapped. Über Gelb. Unter Gelb. Gelb. Bei Gelb. Bei Gelb. Und auf dem Spot. Der hat mir durch die Tür gedrückt. Der Eddy. Der steht auf dem Spot noch. Hilfe jetzt auf dem Spot drauf hinter dem Roten wahrscheinlich. Gabelstapler. Gabelstapler. Ist jetzt Gabel gegangen. Okay. Er kommt wieder raus ey. Er geht wieder raus. Er hat den Dicken geholt. Jawoll. Ey Main. Ja. Schön. Schön. Haben sie Waffen. Mitte Boost. Ja. Ja. Kann ich machen. Voll kaufen. Wenn du geschoben bist nur. Voll kaufen. Kannst kaufen. Kannst deine Lieblingswaffe holen. Ich bin von. Ich boost. Ja. Ich gehe Richtung B. Ihr orientiert euch ein bisschen Richtung A. Sodass ihr nicht von hinten irgendwie kommen könnt. Also mittelstand gerade einer Highway. Hinter der Box. Ist das schon ganz wichtig? Alle Main oder? Achso. Wir wieder hinter der Box. Was heißt hinter der Box Sandsäcke? Also. Ne. Also. Rechte Seite Highway. Ja. Alles klar. White Box. So kannst du nicht durchschießen. Nur zwei Seiten. Also wenn du links gegen schießt. Wer ist einer direkt in der Main? Jetzt kann man wieder nicht wechseln. Denkt dran. Wartet ab bis das weg ist. Das ist das Menü. Genau. Ihr könnt auch nicht mit 1, 2 wechseln. Das ist geil. Einer steht oben auf den. Auf den. Auf der White Box. Beim roten Container. Ist runtergegangen. Also müssen das zwei sein. Ist runtergegangen. Ist runtergegangen. Okay. Ich war full flasht und keine Ahnung wo. Ich war danach tot. Okay. Okay. Da ist. Was seid ihr? Nicht dass einer von. Noch einer auf dem. Richtig. Einer auf dem Spot. Schön wächst. Der war gut reagiert. Einer ist noch auf dem Spot. Geht nach B. Kommt. Kommt. Soll ich direkt blenden oder kann da einer sein? Da kann einer sein. Kommt. 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 Er wird CD kommen. Ja. Mitte. Er kommt vent also. Oder? Weiß ich nicht. Hier links von mir war aber eben eine Blend. Oder kann sie kommen. Habe ich. Alles schön. Schön. Schön das Ding. Dadurch AWP. Ja. Kannste haben. Ich bräuchte einen Drop. Hinter dir. Ja. Wex kann liegen. Ja. Warte was. Hier. Wo. Da. Wollt ihr direkt B versuchen? Und ich gehe A und versuche den Leuten in den Rücken zu schießen. Ja. Okay. Kommt. Kommt. Let's go. Also bitte. Er wird wahrscheinlich mit in der Arbe stehen. Ne. Die haben Nico oder? Ah ja. Stimmt. Okay. Wir gehen direkt durch. Was? Waren das wir oder waren das die Gegner? Weiß ich nicht. Da. Von denen. Von denen. Von denen. Von denen. Von denen. Zwei Stück. Drei Stück. Noch einer. Einer hockt rechts um die Ecke direkt hinterm Tor. Einer CT und einer Terrorseite. 100%ig. Manus guckt links oben. Manus links. Headshot. Ja. Oh Manus. Du Bengel. Manus ist tier alter. Manus ist der Linkster. Ey was hier. Ja. Applaus kurz. Manus kurz. Manus hat die Ruhe kurz. Manus äh. Manus äh. Achso wir müssen dazu sagen wir sind best of one. Was ist jetzt? Ja klar. Wichtig. Ja warte. Best of one. Best of one. Okay ihr geht wieder Richtung A. Ich guck ob ich B was abfangen kann. Okay. Dann bitte boost. Warte ich schau ob ich mit was machen kann. Mach mal ein boost hier. Wer die Bombe jetzt hat. Nein okay dann der andere. Ab doch. Nice. Nice. Nice job. Immerhin sind sie höflich. Ja ja. Auch wenn sie uns bescheißen wollen. Oh der ist direkt rechts hinter der Whitebox. Das war der ja. Einer ist der Main. Einer ist der Main. Einer ist der Main. Mit dem Main. Dadurch kommt jetzt auf. Bleib da Manus. Du könnt gleich drauf. Er ist direkt am Gabelstapler. Geh raus Early. Nice. Und der müsste hinten rechts Ecke sein. NBK. Hinten rechts Noob Ecke. Wenn er überhaupt noch auf A ist. Kein nicht auf A zu sein. Okay. Also alle Steffen. Ich geh Main. Wurde wieder in die Noob Ecke hinten rechts. Du weißt wo du gerade warst. In der Piste. Ja 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 ja. Wuuu. AWP mit 3W Liga. Das schafft keiner. Wuuu. Ihr try harder. Ja. Ich hab schön locker gespielt. Ich bin grad 3500 Kabels auf. Läuft bei mir. Nice. Wechsel. Die beste Qualität für meine Zuschauer. Äh. Okay cool. Ich geh mit 24.000 der Witwe auf. Einer bitte gleich an den Screenshot denken. Ist ja auch wichtig. Ja. Und vom Status auf. Das mach ich eben. Bevor alle weg sind. Okay. Einer ist Ventroom. Da muss er dich eher dran denken müssen. Nein. Damit jetzt nichts gesehen. Werden steht aber wieder. Grenade. Mensch die war ja toll. Oder war das Absicht Dalu? Mein HE war Absicht so. Oh fu- Ah. Ehh. Einer Highway. Einer Highway. Oben oben Dalu. Habe ihn. Bombe liegt squeaky. Bombe liegt squeaky. Oh ich hab nur Hattes gefangen. Da hinten. Geh rein. Geh rein. Da liegt sie. Einer war noch Connector. Da. Da. Oh er lernt sich am. Alter. Er teleportiert sich. Bei euch auch? Er ist da. Einer. Geld. Er kommt rot. Rechts von dir. Da wo du auch an den anderen erschossen hast. Jetzt unbekannt. Links. Links. An der Tür jetzt. Ah scheiße. Habt ihr das in meiner Sicht auch gesehen? War nicht in deiner Sicht. Bisschen. Der hat sich da hin und her teleportiert. Also jetzt nicht irgendwo. Ich glaube er leckt oder? Ja ja das war lag. Aber. Welcher war das der Advice? Ehh. Ne den den Erli getötet hat. Ich weiß nicht ob das Advice war. Erli hat einen getötet gerade von den beiden. Der war das. Ihr könntet mir noch kaufen. Oder leck ich gerade? Ne. Oder hat Erli bei euch auch gelackt? Ne. Aber der Typ hatte gerade fast ein 100er Ping. Wir haben kein Geld verdroppt. Ja. Kein Problem. Ok. A oder B. Einfach wieder aufsplitten. Sodass sie nicht wissen wo wir hingehen. Erstmal. Und dann sammeln wir uns wieder. Ihr lasst die Bombe da liegen. Ihr lasst die Bombe da liegen. Ne. Ja aber das war bestimmt wieder wegs. Ne. Nicht so. Ich weiß nicht mehr. Ich hab die da hingelegt. Ich hab die da hingelegt. Einer Sideway. Ihr sprayt einer wie wir schaut rein. Gehen wir in B da noch? Wir versuchen es gleich. Warte noch. Wenn du eh nicht gesehen willst guck so einfach in den Wind. Ist egal. Kein Stepman. Macht ihr Stress auf A? Gar nichts. Soll ich? Ja mach mal. Mach mal Stress. Aber nicht sterben. Ja. Im Optimalfall. Das ist Stress. Flasch. Lägt euch. Ich kann auch noch raus. Wenn du möchtest. Ne ich guck grad noch hinten. Zur Not. Lass hier erstmal Action an. Ey Wend hat mich gewinnt. Ja scheiße. Du hast keine Bombe gehabt. 45 AP mitte. Äh. Hat hier eigentlich passiert. Ist immer noch Wend Room. Weiß. Ich wechsle zur Bombe. Einer war noch Mitte. Hat 45 AP. Ist Highway. Also da hab ich ihn zuerst gesehen. Er steht auf der Kiste drauf. Manus da. Genau da. Auf der Kiste steht er da drauf. Könnte dahinter sein. Hast du einen Renate? Der ist dahinter. Nice. Wunderschön. Au. 97. 3 AP. GA. GA. SAFETY Waffe. GA. GA. Weil. Ach ne Moment. Die sind beide low. Versuch mal durch Wend. Versuch. Komm. Okay. Dann mal da rein. Ja okay. Das hab ich nicht erwartet. Warum hast ihn nicht versuchen lassen? Weil er noch 10 Sekunden hatte. Das stimmt. Das war sowieso. Also 10 Sekunden. Äh kein Geld. Machen wir jetzt. Ne. Sparen und gehen wir direkt auf B drauf. Nichts kaufen. Gar nicht. Geben direkt B drauf. Gar nichts in der Piste. Gar nichts. Ja nichts. Ihr kaufen alle in der Piste. Ja das. Das macht man wenn man weiß was man macht. Ja ich kann mit der Glock nicht spielen. Die ist kacke. Die Glock ist fantastisch. Warum schmeißt die die dann alle weg wenn die so fantastisch ist? Was du machen kannst ist ne Tech9. Nein. Oh shit. Offside und äh Headshot. Noch offside. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Hint in der Ecke. Offside. Ich glaub zwei Stück waren Mitte. Ich hab... Ich hab... Einer ist mittel komplett. Ich hab nur 4 Schuss ne. Egal den Blend. Ich hab den Töpf geküscht. Ey der early wir einmal in1Click hier. Jaja. Echt? Ja, ja. Boti jest noch drin. Ich hab grade... Ach Vernads. Scheiße. Die Schnauze. Kaufen, kaufen, eherig auf. Stopc stopp stopp! Ashley awp. Kauf ich für mich! Nein für mich? Wie für dich.. Was. Kauf ich jetzt? Küst eine AK von mir. Darfor schu canceled man immer wieder weiter. Lass mal B probieren då? Noo all noe! 你 noch mal B. Leute, eine Runde müssen wir noch holen. Ja, jetzt ist eine volle Konzentration hier. Soll ich die rufen oder? Ne, ich bin schon unterwegs. Ich bin vorher schon wieder mit dem Team attackt. Er gönnt sich schon wieder. Oh, hinten am Gabelstapler. Einer gelb. Hat AWP glaube ich. Ich flashe fort, ich geh raus. Einer kackt. Einer auf red, ich weiß es nicht. Auf red glaube ich. Einer an einer Leiter oder ist wahrscheinlich oben. Einer guckt highway. Highway, 40 Pinot. Was haben wir denn jetzt anders gemacht? Das wollen wir aber abkacken. Wir haben nicht richtig ge-smoked und sind einfach nach und nach raus. Ich werde immer noch die Wand langen. Einer Mitte. Ja, 80 HP. Oben, ja. Oben hast du den, ne? AHHHHH! Einer von Link. Ja, das war unwichtig. Okay. Ich komme jetzt mit euch mit und geh jetzt nicht mehr bitte. Also ich könnte kaufen. Ja, das ist der einzige Eko. Wir machen noch eine Eko. Wir kaufen Tag 9. Und gehen wieder B. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ja, Tag 9 soll drauf. Genau. Ich habe eine Smoke für CT. Wäre noch gut, wenn jemand irgendwie upper smoken könnte. Danach, wenn das Board clear ist. Ja, ich nehme eine mit. Ja, ich nehme eine mit. Ist Aim-Log auf der AWP. Die Lore halt. Sein Aim-Log? Aim-Bot oder was? Ja. 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 Ich flashe direkt geradeaus. Ja, ich habe reingeschaut. Nice. Headshot, Headshot, Headshot. Ihr müsst schnell sein. Ihr müsst schnell sein. Jetzt upper gucken. Ich smoke upper. Es ist einer. Vor allem die Bombe legen. Vents, einer mit 50. Kommt Vents rein jetzt. 50 HP, jetzt in Vents. Jetzt raus. Das sind vier Steps. Auf fucking Nate. Ah, scheiße. Links. Oh. Was war denn das, Alter? Du hast gereloadet. Ja, eben. Oder du hast nachgeladen einfach so. Ja, der hat keinen Muni mehr gehabt. Ja, der hat keinen Muni mehr gehabt. Der hat glaube ich direkt auf den Spot drauf gehen sollen, damit ich links bleiben. Ich kann die neue Position. Ist ok, wir haben wieder einen Plan gekriegt. Ok, Leute. Gut. Ich brauche jemanden AWP. Ich habe 8000. Ne, ne. Ich kaufe mir jetzt die Dragon Law. Wie er schon sagt. Gut. Wollen wir Mitte erst mal krieren? Ja, ja. Ne, das ist schwer. Also Mitte hat mich bis jetzt drei Runden in Folge hat er mich geholt. Also Mitte schnell. Highways schnell. Über der Aave. Gut, dann booste mich nochmal schnell. Aber das muss schnell sein. Irgendeiner muss direkt hinter mir sein. Und ganz links. Binder, Binder. Achso, ne. Ok. Wir können ja mal ein bisschen Kreuzfeuer machen. Er ist auf jeden Fall noch da am Highway, wie du sagst. Die scheiß Taste. Na gut. Einer ist direkt auf dem Spot, Baby. Der ist oben auf der Kiste drauf. Da sind zwei. Achja, durch die Smoke, ok. Einer ist glaube ich auf der Kiste noch drauf. Nice. Hey, wo war der? Ach da. Lässt du die Smoke ran? Ich smoke, ja? Die Bombe liegt wieder irgendwo. Die Bombe liegt vor Main. Ich bin blind. Ja, wohin? Ich stehe hier und warte, ne? Ich, ich... Ren auf A. Wir bauen uns gerade für A auf. Ich bin squeaky. Einer ist... Oh, fuck! Main! Wer guckt da nicht? Keiner hatte Main geholt. Ich war im Wind. Ja, wusste ich nicht. Ich dachte, du hast Main. Einer ist noch close by Highway. Richtung K. Manus, kannst du die Tür aufmachen? Einer habe ich CT Base gehört. Genau. Einer aufm Spot. Hinter Red. Nichts sieht so warm aus. Genau. Da hat ihn kommt. Wenn er vorkommt, dann habe ich ihn. Einer hier, hallo. Scheiße. Nichts springen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nice. Einer hinten. Einer hinten am Spot. Quad. Quad low. Los. Waffe aber behalten. 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 Okay. Ich kann eine AK droppen. Braucht niemand? Braucht keiner. Ja. Gut. Oh, los jetzt. Wollen wir direkt alle zusammen A rauf? Ja. Aber mit Hintertür, ne? Ist wichtig. Ja, okay. Und wenigstens mich auf die Kiste bringen. Dann selbst will ich mich nicht zeigen. Nein, nein, nein. Bomben muss einer mitnehmen, bitte? Welche Kiste? Boost. Boost. Er macht schon. Okay. Ich smoke den. Warte noch, warte noch. Kann die Tasse nicht drücken. Ja, das war gut. Go. Nice. Und raus. Rauf, drauf. Nice. Einer ist red. Zwei red. Zwei red. Einer ganz hinten in der Ecke, jetzt. Blend. Nein. Ach, blend. Einer noch da hinten, dadurch. Noobkorn hab ich einen. Bombe. Ich plante Highway Einer ist zum K vorgepusht Der ist schon hier gleich close an der Ecke Und Highway Ich guck K jetzt, Highway kommt gleich Was? 52.2 an der Ecke Hörst du mich hier? Early geh an die Kiste ran, hier ganz nah dran Ganz nah hier dran, schnell Die kommen schon Gabelstapler Der guckt zum Main Der guckt zum Main Er kommt Schafft er nicht mehr GG Wow Nice Erstes Match Leute G fucking G Screenshot bitte Richtig F11 Ist das F11? Müsstest Team machen, oder? F11 ist Team Ich hab aber keinen Sound gehört F12 F12 Nice Sehr gut Und in die Konsolen noch Stop Richtig Einfach nur Stop Okay, alles Boah Das war ziemlich geil War cooles Match auf jeden Fall Sehr nice Das war's mit dem ersten Match, Daniel möchtest du abmoderieren? Ach ja, stimmt Das Match ist vorbei, Leute Und somit auch die Aufnahme zu Ende Schaut bei den anderen vorbei Vielen, vielen Dank an unser Gegnerteam Trotz der anfänglichen kleinen Tricksereien Waren sehr nette Gegner gewesen Ja Also auch noch Nice Shot im Match geschrieben und alles GG Das ist schön Ich hoffe, die anderen hatten auch Spaß Ich hoffe, ihr hattet Spaß Ja Und wir sind's im nächsten Match wieder Mal schauen, was wir dann noch so reißen können Macht's gut Macht's gut Tschüss, tschüss Leute Tschüss